Angst haben sich aber auch ausgeschwunden, freilich. Dort haben sich einen erwischt oder den anderen oder haben sich erfahren. Und ja, hoffentlich passiert das uns nicht. Jeder hat in der Angst gelebt in dieser Zeit. Bei uns daheim ja auch. Die haben ja nicht gewusst, was passiert. Bei uns ist der Bruder in Russland gefahren. 1943 ist der zweite Bruder eingekriegt. 1944 haben sie mich eingesperrt und jener 1945 haben sie noch einen Bruder eingezogen. Und keiner hat gewusst, wie es ausgeht. Es war ja für die Familien was Schreckliches auch. Und das hat es müssen durchstehen und und trotzdem an das gute Glauben kommt mir vor. Das hat auch dazugeklärt.